Herzlich Willkommen zurück bei Anno 1404 in der History Edition. Ich weiß gar nicht, wo wir stehen geblieben waren. Ja, ein paar Einwohner fehlen, das ist jetzt aber nicht so wild. Wir machen das einfach mal wie folgt. Wir gucken mal, ob wir... Genau, äh stimmt, wie die Speicherstadt hat mal gebaut, das heißt die ganze Woche müssen erstmal aufgefüllt werden. Wir bräuchten ein bisschen mehr Lederwämmse. Ja, das hier hinten, das lassen wir mal so. Wie viele Adelige haben wir denn? 2000. Ich denke, wenn wir die IKEA noch vollbauen mit Häusern, dann sollte das reichen an Häusern. Das heißt, wir können hier hinten nochmal ein bisschen mehr Schweinereien setzen. Okay. Ja, das ist jetzt irgendwie neu für mich, dass der da sitzt, aber es ist okay. Ist okay. Wenn der meint, dass er da die... Achso, warte mal hier, so funktioniert das ja. Dass er da sitzen will, dann soll er das machen. So, und dann noch hier einmal. Ein, zwei, drei, vier. Dann haben wir die zwei. Wie sieht's aus mit dem Salz? Ja, da brauchen wir noch ein bisschen was. Genau, bestimmt hier noch mehr ranholen, ja. Ja, ich denke, das wird sich auch früher oder später, ähm, das werden wir machen müssen. Deswegen machen wir's einfach jetzt schon mal. Ähm, plus machen wir ja reichlich. Geld haben wir reichlich. Du kriegst erst mal ein Update. Genau, und dann brauchen wir ja ihn noch. Genau. So soll das funktionieren. Dann. Erzter hat jeder. Handwerker hat jeder. Kneipe hat nicht jeder. Feuerwehr hat jeder. Kirche hat jeder. Gut, dann Kneipe. Sehr schön. Los Kaisers Dormos Grande Popande. Können wir doch hier vorne auch schon mal direkt... Oh, das passt doch nicht. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn... Ach doch, das passt. Stimmt, hier hatten wir noch. So, direkt erst mal die Bude hier hinsetzen. Ich hoffe, du hast diesen Erfolg nicht auf Kosten der einfachen Leute errungen. So. Dann war das schon. So, also hier geht's gleich weiter. Zack, 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 zack. So, gucken, wie das jetzt hier ausschaut. Nicht so, wie ich mir das erhofft hätte. Deswegen machen wir das weg. Jetzt ist mir das hin. So. Jo, da muss ich erst mal niesen. David, ich grüße dich. Ja, ich weiß, heute ein bisschen unangekündigt. Aber das liegt alles daran, dass ich tatsächlich... ...nicht so viel Zeit habe heute tatsächlich. Und dass das alles jetzt ein bisschen spontan laufen muss. Aber ich hoffe, du siehst es mir nach. Alles klar, guten Morgen. Da rastet sie gerade mal übelst mein Handy aus. So. Stimmt. Wie viel Werkzeug produzieren wir denn jetzt? Da wollte ich nochmal nachschauen. Produzieren kann nun. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Ihr Schiff ist wohlbehalten von der Expedition zurückgekehrt. Oh, next week Klausur Maximus, sagst du? Aber jetzt aktuell erst mal feiern. Das klingt ja ganz hervorragend. Oh, wow. Cool. Fahrt mal hier runterwärts. Ja. Also sagst du, besteht bei dir demnächst ein bisschen was ins Haus, ja? Also bei mir ist jetzt aktuell erst mal Wochenende. Und deswegen bin ich das ganze Wochenende eigentlich außer Haus. Bei Freunden, Familie, etc. Und deswegen habe ich, äh, das habe ich irgendwie völlig vergessen mit einzuplanen. Deswegen ich jetzt spontan einen kleinen Stream mache und aufnehmen muss und so weiter. Damit auch keine Folge aushält. Also heute werden es nur zwei Folgen werden, die ich aufnehmen kann. Und am Sonntag können wir da nochmal richtig reinklotzen. Also Sonntag wird nochmal auf jeden Fall ein bisschen mehr kommen. So, es ist zumindest aktuell geplant. Ja, genau. Äh, ich wollte eigentlich gucken hier. Werkzeug. Da ist die Dead Dude. Zwei Werkzeuge machen wir hier. Und hier hinten wird Waffos Maximus produziert. Das lassen wir mal gerade. Denn wir brauchen mehr Werkzeug. Werkzeug. So. Zwei ihrer Mitspieler befinden sich im Krieg mitternacht. Oh nein. Freut mich, dass du mich besuchst. Verstell dich nicht. Verstell dich nicht. Gib mir Geld, Alter. Ist nicht der Rede wert. Gib mir Geld. Nächstes Mal lege ich sogar noch was drauf. Gib mir Geld. Buh. Nächstes Mal. Ähm, ja. Gut. Also, Most sage ich schon hier. Lederwärmse haben wir angepasst. Bier müssen wir noch weiter anpassen. Und Bücher. Bucco Ryan. Kann natürlich keiner abholen hier den Kappes, ne? Natürlich nicht. So. Dann, weißt du was? Du übernimmst mal. Du fährst mal hier hin und holst mal den ganzen Kappes. Wenig noch irgendwo. Ein Sandsturm fegt über eine... Kontert ihr diese Angelegenheit regeln? Ah, sehr schön. Ich bin froh. Könnt ihr nicht ein paar armen Sielen Obdach gewähren? Ne? Wir dürfen bleiben. Bäh, wo ist meine Maus? Ach, da. Ach, die Maus ist ausgegangen. Das ist natürlich nicht so ein bisschen besser. In das Moment. Die braucht ein bisschen Saft. Und nun tue deinen Dienst, Maus. Alter, was ist denn jetzt los? Ja, jetzt... Jetzt geht's wieder. Halt, ob er schlechter riecht. Was ist denn los mit der? Na, gut. Ähm. Ah, ihr kommt zum Haken. Ah, bist weiter bei 1800 am Rotieren, ja? Da habe ich jetzt tatsächlich auch nochmal einen neuen Spielstand angelegt. Einen, der auch so ein bisschen wie... Das andere, was wir gerade machen, im Multiplayer, ja. Ein bisschen Schönbau und so weiter. Halt völlig darauf ausgelegt, dass es ein bisschen realistisch ist, äh, ausschaut und so. Ist nicht ganz einfach, aber... Es nimmt alles so langsam, aber sicher Form an. Bin ich sehr zufrieden mit. Kann ich eigentlich vielleicht auch mal einen kleinen Stream darüber machen. Mal zeigen, was da aktuell Sache ist. Ihr habt ein gutes Geschäft gemacht. Wenn denn da Interesse dran besteht. So, was ist das hier? Frengetungte als Kostenladekammern, mit der Geschwindigkeit. Ja, nehmen wir einfach mal mit drauf. So, pack's dann mal hier. Internet, ist da. Ja, nee, können wir gerne machen. Dann... Ja, wie gesagt, dann machen wir euch demnächst mal einen Stream dazu. Dann ist das alles kein Problem. Wenn ich einfach so zocke, dann kann ich auch einfach nebenbei einen Streamern machen. Das gefällt mir. Gar kein Problem. Jo, gib mir... Wieso habe ich nur 10... 100.000? Ist ja doch gerade 140.000. Ist der Scheiße so teuer? Wow. Okay, der ist sauteuer, der Scheiß. Wie schön, der Dombau wird den Glauben der Menschen stärken. Schön, schön. Schön, schön. So, erstes Problem. Wir brauchen 160 Werkzeug. Und Holz haben wir genug. Gut. Alles wartet darauf, dass der Ausbau fortgesetzt werden kann. Ja, dann... Baut doch mal Jungs und Mädels. Lass ein paar Münzen sprengen, dann geschieht dir nichts. Nö. Ich glaube, du hast nicht begriffen, was auf dem Spiel steht. Genau, dann gebe ich dir eine First Person... Das ist sogar eigentlich eine ziemlich lustige Idee. Dass man so... Hier, ich bin jetzt der Tourist und wir kommen jetzt in der Stadt an. Ich helfe euch gerne aus. Hm. Was wollte ich eigentlich machen? Ach genau, noch mehr Bücher wollte ich machen. Ja. Mehr Box. Ein, zwei, drei, vier, fünf. Eine Produktion kommt zum Erlieben. Oh nein, das ist ja schräglich. Oh, machen wir so. Hier, ja. Mit der Hoffnung, dass das... So, eins, zwei, drei, vier... Nein, Scheiße. Können wir das anders hin? Eins, zwei... Drei... Mist, nee, das geht nicht. Dauerlich. Steht gut, auch noch falsch rum. Ey, ich kotze ins Essen. So, jetzt. Geht auch nicht. Ach, damn. Ah, nicht schön. Nicht schön. Sachen greifen wir eines meiner Schiffe ein. Ja, gut. Das wird es überleben, denke ich. So, wo wurden hier denn die Bücher produced? Schon wieder gänzlichst vergessen. Hier war das, ne? Ja. Was kostet die Welt? Nicht genug. Werkzeug und Steine brauchen wir hier mal. Ja, Werkzeug brauchen wir eigentlich noch ein bisschen, aber egal. So. Das ist alles für einen besseren, höheren Zweck. So. Mehr Bücher werden nun produced. Ja, hallo? Ah, okay. Spiel wird gespeichert. Ja, ist doch okay, Jungs. Weißt du was? Eigentlich können wir doch hier mal unsere Armada ausrücken lassen hier. Kann ich hierbei mit deiner Unterstützung rechnen? Na, sicher, Helga. So, mal kurz mal hin. Dann eskortieren wir das mal eine Runde. Hier wird das Werkzeug weggetan. Fäßt wieder hier hoch. Feindliche Schiffe wurden in ihren Hoheitsgewässern gesichtet. Ja, passiert. So, haben wir hier unten kein Indigo. Das heißt, wo ist denn unsere Route mit dem Indigo? Eines ihrer Gebäude ist Ziel eines Angriffs. Da muss der hier mal ein bisschen mehr Indigo mitnehmen. Wenn ich... Oder einfach mal voll aufladen hier. Holy shit. Ist okay, Leute. Ich hab's mitbekommen mittlerweile. Hä, wo ist denn jetzt das Schiff hin? Gerade da oben losgepässt, Alter. Holy shit. Der ist ja richtig flott unterwegs. 55 Tonnen kann er mitnehmen. Gut. Wir hängen hier einfach noch mehr rein. Voilà. So rum. Und so rum. Jo. That should work. Ja, das ist okay. Das ist okay. Hier wollte ich die Lager noch ein bisschen ausbauen. Das reicht mir nicht, was ich hier aktuell einlagere. So, jetzt sollte das schon deutlich besser sein. Was kann so ein Ding lagern? 15 Tonnen. Jo. 15, 30, 45 Tonnen mehr. Das sollte erstmal reichen, denke ich. I think so. Wieso machen wir jetzt so viel... Achso, wie ein scheiß Dom hier, ne? Hier auf der Baustelle geht es gut voran. Hier auf der Baustelle geht es gut voran. Das freut mich für die Baustelle. Ähm. Gut. Schauen wir noch mal rein hier. Bier wollten wir noch machen. Klar, das dürfte jetzt mehr werden. Fleisch. Okay. Mal im Auge behalten. Wein mal im Auge behalten. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Und offensichtlich... sind diese Plantagen zu viel. Also, wir brauchen weniger... So, jetzt stimmt der... Das ist ein Notfall. Jetzt bin ich richtig erleichtert. Weniger, ähm... Weinplantagen pro... Fassknüpferei, etc. So, des Weiteren hoffe ich, dass... Eine Eisenschmelze zwei Fassknüpfereien... Ähm... Verbinden kann. Das wäre sehr gut, würde ich meinen. Wow. Oh, war sogar gar nicht so doof, das so verkackt zu bauen. Nice. So, dann... Geben wir mir noch mal ein bisschen Werkzeug da. Drüben. Ah, ich muss mir auch gerade mal alles stibitzen. Und Steine brauchen wir noch. So, tack, tack. Erstmal würde ich mich ja gerne noch... in zwei Lagerhäuser hinsetzen. Dann hier, ihn hier. Eins, zwei, drei, vier... und fünf. So. Dann bauen wir ihn noch mal aus. Und dann gucken wir mal, ob das so reicht. Ansonsten... noch ein bisschen mehr Fleisch. Eins Fleisch mehr produzieren. So. Ne, ist doch kacke. Das ist doch sinnlos, das so hinzusetzen. Müssen wir mal ein bisschen mit Kopf hier machen. So. Da geht's nicht. Das heißt, wir setzen die Bude... hier... nicht hin. Erstmal müssen wir sowieso hier an die Reihe setzen. und dann haben wir... da vier... hier... vier, da vier... und dann dürfte das passen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. So war's nämlich geplant. So. Du kommst da vorne hin. Dann haben wir das auch. Machen wir jetzt ein bisschen Minus. Okay. Passiert. Aber der Dombau, der ist halt auch nicht ohne. Mit Gottes Hilfe werden die Arbeiter diesen Bauabschnitt bald fertiggestellt haben. Wir haben ein gutes Geschäft gemacht. Ich find's schön, wie die Schiffe immer nur dann einmal schießen, wenn das zu eskortierende Schiff einmal angeschossen wurde. Aber naja, was willst du machen? Was willst du machen? Haus zu plummt? Das ist so richtig. Das ist ja... Wo, wenn ich warte, du fährst mal... Oh nee, du kannst auch hier oben hinfahren. Auch gut. Dann fährst du mal hier... ...erst mal das da einsammeln. Geil, treibt gut. Nice. Ja, Kaffee-Problem haben wir ja nicht so richtig, ne? Das lübt ja richtig gut. Was ist das jetzt denn scheiß Ernst? Ey, das Eskorten, ne? Die funktionieren ja ganz hervorragend. Das ist schon, die hatten ja im Kopf. Ist richtig. Warte mal, das ist ja Quatsch. So, ihr kriegt ein Update und ihr und... Mehr geht nicht? Doch. Einer geht noch. Sehr gut. Dann seid wieder glücklich mit dem, was ihr habt, Jungs. Ihr bekommt alle noch ein Update. Perfekt. Müssen wir mal kurz warten, bis hier die Jungs alleingezogen sind? Oh, ich könnte mal ein neues Pflegerheim hier brauchen. Gott hält die Hand schützend über euch. Was soll ich jetzt verarschen? Ich weiß nicht, wie ich genug Geld hätte, das könnte er mir ja nicht erzählen, ne? So, hier. Genau, die Bettler gehen zurück. Hier haben 48 von 48 Bauern. Eine gegnerische Flotte drängt in ihr Hoheitsgebiet vor. Bürger sind alle eingezogen. Patrizia fehlen noch 10. Adelige fehlen noch 8. 7. 5. 4. Eine Produktion kommt zu unterliegen. Einer fehlt noch. Komm, ja. Sehr gut. Feiner Junge. Und hier fehlen noch 5. Eine Noria. Fein und Pia, das sieht nicht gut aus. Eine Noria verbraucht ihr letztes Wasser, ja? Schiffe versenken spielen wir schon wieder hier. Ganz hervorragend. Ich kann es schließlich nur von den Lebenden nehmen. Ich beginne mich mit euch zu langweilen. Das mit den Schmeicheleien. Kann ich etwas für euch? Es tut gut, dich zu sehen. Was sagst du? Sag mal, wie funktioniert das? Habe ich ja eigentlich... Nein, natürlich nicht. Jetzt dürfte das doch demnächst noch besser funktionieren. Wir werden den einen Schmeicheleien. Ein Noria verbraucht ihr letztes Wasser. So, schön aufladen. Da geht es weiter. Ja, das würde mich auch im tiefsten begeistern. So ein wunderbares Geschäft. Weg mit die Viechers. Gott belohnt die Tüchter. Ja, ich weiß dann. Eine Produktion kommt zum Erliegen. So. Dann wird das hoch. Und du bist der Letzte. Ja, eine Ziegenfarm kommt zum Erliegen. Das ist schrecklich. Aber geht jetzt gerade nicht anders. So, die sind ja eigentlich auch maximale Eingriffung. Ja, sehr gut. Die sind ja auch alle glücklich mit allem. Gott sei's gedankt. Pass mal auf. Bisher gab es keine ernsthaften Unfälle auf der Baustelle. Machen wir mal so rum. Dann haben wir auch direkt schon das Thumbnail für diese Folge, würde ich sagen. Für dies Volkle. Ihr seid ja doch zu etwas. Ja. Ganz erstaunlich. Ich weiß. Ach, genau. Hier. Eins. Zwei. Drei. Ich könnte ein bisschen mehr Holz noch mitnehmen. Wo ist denn? Da ist denn. Haus kaputt. Sehr gut. Haben wir das auch? Seid unbesorgt. Alle sind mit einer bei der Arbeit. Zweiter Abschnitt ist dann auch bald erledigt. Wow, ein bisschen Miese. Ja, mein Gott. Gut, was jetzt hier eingelagert werden könnte, ist natürlich jetzt auch nicht so berauschend viel, ne? Da müssen wir mal ein bisschen nachjustieren hier. So, zack. Dann gibt es hier natürlich noch mal so einen kleinen Steg mit einem dichten Wachtturm oben drauf. Jo. Alles erledigt, mein Freund. Ich bin begeistert. Ich bin begeistert. Ich bin begeistert. So, und dann würde ich sagen, packen wir mal hier in die Nähe des Flusses diesen Klostergärtner, weil man da besser anpassen kann. So in dem Style, ne? Gucken wir jetzt zwei daneben. Nein, 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 nein. Hier, wimm, ne. Ihn. Und dann gibt es ihn hier. Dann gibt es noch ihn hier. Und das passt natürlich nicht. Tschüssi. Ich dachte irgendwie, das könnte vielleicht passen. Aber nein, natürlich nicht. Aber ist okay, dann kommt er hier. Spiel wird gespeichert. Spiel gespeichert. Danke, darf wir spielen. Was ist denn hier schon wieder los mit der Maus? So. So. Tada. Als ob da der Weg noch lang geht. Ich passe es nicht. Nein, halt die Wischen. Was? Nein. So. Ich bin sicher, dein Volk schaut in Erfurt auf zu dir. Ja, ja. Voller Gnade, Respekt, Angst und Furcht. Die Ritter sind begierig, ihren Kampfesmut unter Beweis zu stellen. Das freut mich. Wie schaut es denn aus? Oh, Fisch wird weniger. Das haben wir doch im Handumdrehen abgewendet, diese Krise. Also. So. Also Fisch dürfte jetzt wieder steigen. Most. Wie ist es? Der Rau des Doms hat. Ihr werdet euch gedulden. Ja, ist okay. Ich kann euch die Erlaubnis. 300 kostet das Ding, ey. Ist richtig schlimm. Bier dürfte sich füllen, etc. Fleisch füllt sich. Wein sollte sich eigentlich füllen. Wie schaut denn das hier eigentlich aus? Wir haben Trauben, wir haben Fässer. Ja, wir haben Trauben, wir haben Fässer. Aber warum haben wir keine Fass... Weinflaschen hier? Wollen wir doch einfach nochmal einen... Eine Weinmacherei hier. Ich glaube, dann brauchen wir ein bisschen mehr von denen hier noch, ne? Schnapp dir mal ein bisschen Werkzeug, mein Freund. Meinetwegen auch alles. Bisschen Holz. Bisschen Stein. Fährst du mal rüber und letztes Mal ja alles drauf auf die Bude. Endesel, ich grüße dich. Schön, dass du dabei bist. Sagkos Maximus. Machen wir so. Eins, zwei, drei, vier. Scheiße, das ist doch klar, dass du es nicht bist. Wenn es weiter nichts ist, womit ich behilflich sein kann. Alles Kackjes. Machen wir so. Eins, zwei, drei, vier, fünf. So, dann kommt der da zumindest run. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Oh, dann gucken wir mal, ob das reicht. Be, 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 b, shoulds. Kommen weg mit dem Kaffee, brauchen wir nicht. Füsst mich hier oben hin, dann müssten dich mal reparieren. Das gefällt mir. Du kannst mal, nee, du fässt mal hier hin, weil hier wollten wir auch einen positionieren. Nee, beide fahrten nach oben. Hier hin. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Ist ja auch leicht gedamaged hier, der Gude. Gut, haben wir das. 2500 Adelige benötigen wir. Ach, dammit. Das Kabel, das hält nicht mehr richtig. Das ist natürlich ganz schön frech hier. Ich muss mal gucken, ob ich hier irgendwo noch ein anderes rumfliegen habe. Muss ich gleich mal schauen. So geht das ja nun nicht. So, haben wir hier zufälligerweise irgendetwas verkaufen können. Pilze. Wie alles nicht so richtig, ne? Ich hätte gern von allem übergroßen Vorrat. Muss ich mal so ganz ehrlich gestehen. Veranstaltet ein Turnier. Herrlich. Ich lasse die Reiter sofort aufsitzen. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Oh, passiert. Der ist broschiert. Versingen sie das flüchtende Schiff. Nichts leichter als das. Nix ist einfacher als diese Handlung. Irgendetwas passiert auch nicht. Ja, hier fehlt. Ja, das ist schief gesetzt hier. Scheiße. Die hätten eigentlich alle einen weiter runter gemusst. So ein... Ach so, weil ich hier... Ja. Die Häuser hätten alle einfach drüber gemusst. Ich habe mich jetzt hier daran orientiert gehabt. Tja, das ist mein Fehler. Aber wie machen wir denn das jetzt hier? Dass wir ein bisschen mehr... Ein bisschen mehr Leute hier reinbekommen. Einfach mehr Häuser bauen, würde ich sagen, ne? So in dem Format. Können wir hier gleich... Gleich völligst über... Übertreiben, bitte. So. Bitteschön, Jungs. Absolute Premiumstraße. Nur für euch. Neu. Was mache ich denn hier? Ich baue wie der erste Mensch. God damn it. So. Bitte. Sagt mir mal... Hier hier hinten. Gucken wir mal so. Hier, da fehlt ein Medikus. Da fehlt eine Feuerwehr. Da fehlt ein Zimmermann. Feuerwehr. Arzt. In ihrer Siedlung fehlt es an Gemeinschaft. Oh. Auf dich ist verlassen. Dann, äh... Hier eine Taverne kriegen wir hier hinten noch hin. Die Bude kommt mal weg. Dafür kommt hier so ein... Gott möge euch für eure guten Taten segnen. So. So. Fast hätte ich euch nicht... Ein Held sagt. Wie könnte man... Schön, dass ihr... Auch ihr empfindet... Gernst meine Meinung. Auch ihr... Ja, freulich. Auch ihr empfindet es als eure... Ich freue. Ja. Ja. Hey, wieso? Ach, weil sie... Hm... I see... I see what's a problem is. Es tut mir leid, aber... Ja, ja. Das haben wir gleich. Zieht mal ein, Jungs, und dann haben wir das alles gleich in... In... In Buddha gekriegt, ne? In die Buddha. So, Leute. So, das mit dem Schiffen versenken, das habt ihr noch nicht so raus, ne? Wir sind uns traurig für... Na, auf Kriegsschiffe. Södele. Auf ihrer Insel ist ein Sandsturm aufgezogen. Ah! Oh, Gott! Ihr habt neulich kein Dank. Trunkene Besatzung. Na, das ist ja... Klingt ja schon mal sehr gut. Was macht denn das? Verringert die Unterhaltskosten um 50%. Kleinvieh? Macht auch Mist. Der Schaden reduziert Nachladedauer. Den können wir auch mal mit an Bord nehmen. So. Nun lasst uns Häuser aufsteigen. Das müssen wir auch einfach mal... Aber mal so machen hier. 15 Stück können noch. Ihr könnt auch schon mal... Erstmal nur glücklich. Ihr seid erstmal nur glücklich, bitte. Flup. So, sechs fehlen noch. Fünf fehlen noch. Ihr habt ein gutes Geschäft gemacht. Ich weise. Danke, danke. Wie schaut's eigentlich aktuell hier aus? Na, ist da schon ein bisschen mehr reingekommen. Ein gutes Geschäft ist... Fisch auf jeden Fall. Sehr schön. Boah, das passt alles erstmal. Ich... ...hab eins meiner Kinder nach euch benannt. Äh, wie schön. Haben wir eigentlich hier den hier schon? Ja. Okay. Dann seid ihr als nächstes dran. Ein gutes Geschäft. Wir waren jetzt... Ja, genau. Hier war schon alles auf Maximum. 104 von 104. Jawohl. Dann ziehen wir erstmal hier die Straße weiter hoch. Das Bündnis zwischen zwei Mitspielern besteht nicht länger. Wie viele Käuser? Häuser können wir denn hier eigentlich pimpen? 13 Stück noch. Ein gutes Geschäft. Dann haben wir die acht. Und die fünf. Nee, hier oben die. Das war auch noch nehm. Ja. Dann geht's hier weiter. Feindliche Schiffe wurden in ihren Hoheitsgewässern gesichtet. Und das war's, ne? Ja. Perfekt. Bürger sind alle da? Ja, sehr schön. Warum eigentlich immer hier, ey? Das finde ich schon ein bisschen frech, muss ich mal ganz ehrlich sagen. So. Patricianos sind da. Grande, popande. Können dann auch mal euphorisch sein. Können wir nämlich hier anfangen, Veradlige noch in die Stadt zu holen. So. Und ich würde einmal sagen... Neue Gebäude stehen zum Bau bereit. Ah, okay. Wenn ihr so weitermacht, herrscht ihr eines Tages über eine Metropole. So mehr ging ich hier, oder was? Naja, gut. Sonst seid doch bitte nochmal so lange glücklich, wie es geht. Ah, die Adligen... Kein Komfort! Kein Komfort! Sacrebleu. Dann... Der hat die Kupfermine geschlagen. Das finde ich nicht nett, aber ist nun mal so. Ja, die da oben hat er auch. Das ist ja doppelt unangenehm. Egal. Machen wir erstmal die hier. Was braucht der Quarz wahrscheinlich? Ja, Quarz. Steine brauchen wir hier. Oh mein Gott. Das sollten wir doch noch hinbekommen irgendwie, oder? Das kriege ich aber auch hin. Brauchen wir noch was? Werkzeug? Oh, ein bisschen was können wir mitnehmen. Dann haben wir unten mal wieder was auf Tasche. Diese Mosaikmacher können eigentlich auch mal... Können wir eigentlich bald mal verkaufen hier die ganze Zeit, das Mosaik, ne? Ah, das Quarz brauchen wir eigentlich hier. Ah, hier können wir noch mehr Quarz ranholen. Ja, pass auf, dann machen wir das mal. Wir quarzen uns mal hier einen zurecht. Sobald wir das Werkzeug hier haben. Seht ihr schon hier im Handelsvertrag. Na komm, Handelsschiff. Handel, Handelsschiff. Ich bin mit dem zufrieden, was Gott mir zugestanden hat. So, volle Kraft zurück. Dann kommst du hier hin. So. Und du kommst hier hin. Ja, passt schon. Handelsrouten, hier Würze. Gut, das lassen wir mal alles so, wie es ist hier. Da kann man eigentlich nochmal ein bisschen hoch regulieren. Dann erstellen wir nochmal eine neue Route mit ihm, ihm nach da. Von Aschkabat bringen sie mir jetzt bitte Brilinskis nach oben. Meinetwegen auch gleich zweimal. Die müssen wir nochmal kurz, opala, umbenennen. Brillen. Mein sprührender Geist und euer handwerkliches Geschick. Wie wäre das? Bist du das jetzt hier eigentlich? Äh, why? Wie, wie habe ich denn das jetzt hier hingemacht? Wie, wie ist das passiert? Äh, ich würde sagen, das finde ich gleich mal heraus, wie ich das hier aktiviert habe, damit ich das gleich wieder deaktivieren kann. Ähm, bis dahin würde ich aber sagen, verabschiede ich mich mal in die nächste Folge. Also mit anderen Worten, vielen Dank fürs Vorbeisein, fürs Zuschauen, fürs Einschalten, wie auch immer. Ich hoffe, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, habt noch einen schönen Tag und gehabt euch wohl. Wertes Volk.